Ich bin groß vorne. Friedhof der kleinen Lappen. Das macht auf jeden Fall gut Charme, der Kerl. Zum Glück haben wir da eine gute Antwort. Na, ich hab da eben noch einen gehört, wo ist er? Oh! Oh! Der ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Wow! Hm. Pass gut auf! Ich komme mit! Ein Mann verloren. Hm. Er ist überall! Hier vorne. Nein, nur hier vorne. Mehr Feinde! So. Jetzt machen wir das nochmal kurz und schmerzlos. So. 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 Damit hat sich das Thema erledigt. Scheiße, die. Dann haben wir das auch. Kommt her. Habe ich mich selber gerade abgeschmissen. Ich glaube das nicht. Hohen schießt ihr? Ja, das seid ihr. Hallo? Hallo? Da ist mich. doch so so jetzt habe ich schon zum siebten mal so gesagt aber wir sind endlich der scheißbrücke durch was kommt jetzt naja sneaky wird es jetzt nicht kommt nur munition aber die spare ich mir jetzt auf also hier gibt sie jetzt alles klar scharfschütze ist auch wieder voll so 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 kness so ist das halt ihr habt den streit ja angefangen ich verteidige nur in frieden so damit sind wir hier durch den raum auch durch jetzt müsste es wieder raus gehen ja es geht raus dreimal daneben ne zweimal daneben das war dreimal voll in die matschbirne viermal der will mich ärgern noch jemand das wissen will das war doch hier nein oh da ist noch einer alles klar alles klar so hat er sich echt umgeguckt wo ich bin ich gehe rein nein und und noch irgendwelche da verdammt wohl die ist fast leer nehmen wir lieber das plasmagewehr mit na ja so sieht mir nach jäger aus jetzt einmal in folgen so wie da und breit an nur ich hätte vorher nachladen sollen bevor ich die nehme haben wir hier noch da perfekt so wir sind wieder einigermaßen voll und hier geht es weiter okay alle mal weg hier der widerstand scheint stärker zu werden wir müssen in der nähe des kontrollzentrums sein analyse das musste die 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 die